In dieser Aufgabe schließen wir zuerst mal eine Leuchtdiode an eine Batterie an. Die Standardfrage ist dann in der Regel, welchen Vorwiderstand benötige ich. Das ist Teilaufgabe A. Zusätzlich interessiert uns hier die Leistungsaufnahme dieser Leuchtdiode, da sie eigentlich keine Funktion erfüllt, sondern einfach nur eine Kontrollleuchte sein soll. Und für so eine banale Funktion möchten wir natürlich nicht den Großteil unserer Energie verbrauchen. Deswegen ist die Leistungsaufnahme so einer Kontrollleuchte durchaus von Interesse. Und schließlich interessiert uns für ein batteriebetriebenes Gerät, wie lange die Batterie diese Kontrollleuchte alleine überhaupt betreiben kann. Und wir werden feststellen, dass es unter Umständen gar keinen großen Sinn macht, für ein batteriebetriebenes Gerät eine Kontrollleuchte dieser Art einzubauen. Der erste Schritt ist immer ganz gut, ein Schaltbild zu haben. Das zeichnen wir uns mal eben hin. Wir haben eine Spannungsquelle, einen Vorwiderstand und unsere Leuchtdiode. Und in der Aufgabe gegeben sind verschiedene Werte. Die Flussspannung der Leuchtdiode sind 2 Volt. Die Batterie hat eine Spannung von 9 Volt. Und wir möchten einen Strom von 2 mA durch die Leuchtdiode fließen lassen. Um jetzt den Vorwiderstand zu berechnen, brauchen wir als erstes mal die Spannung am Vorwiderstand. Denn wir möchten den Vorwiderstand nachher über das Ohmsche Gesetz ausrechnen. Den Strom haben wir bereits, 2 mA. Und wenn wir den Widerstand ausrechnen wollen, dann brauchen wir auch noch die Spannung. In dieser Schaltung gilt wie in jeder Schaltung die Maschenregel. Wir haben hier unten und hier oben jeweils einen Knoten. Und die Spannung am linken Ast zwischen den beiden Knoten muss natürlich dieselbe sein wie die Spannung am rechten Ast zwischen den beiden Knoten. Wenn wir also links die Spannungsquelle mit 9 Volt haben, müssen wir rechts auch insgesamt eine Spannung von 9 Volt haben. Die Flussspannung der Leuchtdiode ist bereits 2 Volt. Also bleiben am Vorwiderstand noch die Differenz zwischen 9 und 2 Volt übrig, nämlich 7 Volt. Und damit haben wir alles, was wir benötigen, um den Vorwiderstand auszurechnen. Das Ohmsche Gesetz, R gleich U durch I, gibt uns den Vorwiderstand. Die Spannung am Vorwiderstand haben wir gerade bestimmt. Der Strom ist in der Aufgabe gegeben, also ist der Widerstand einfach 7 Volt durch 2 Milliampere. Wenn wir das ohne Taschenrechner ausrechnen möchten, dann können wir die 10er Potenz aus den Milliampere rausziehen. Das sind ja 10 hoch minus 3 im Nenner. Wenn wir die 10 hoch minus 3 in den Zähler ziehen, wird da 10 hoch 3 draußen. Dann bleibt von den Zahlenwerten noch 7 durch 2 übrig. 7 durch 2 sind 3,5 und 10 hoch 3 Ohm sind Kiloohm. Also bekommen wir einen Widerstand von 3,5 Kiloohm. Wenn wir die Leistungsaufnahme der Kontrollleuchte berechnen wollen, dann müssen wir im Grunde die Leistung von Widerstand und Leuchtdiode berechnen, weil der Widerstand ist ja Teil unserer gesamten Kontrollleuchte. Ansonsten würden wir die Leistung, die im Widerstand in Wärme umgesetzt wird, ja gar nicht berücksichtigen. Also können wir einfach P gleich U mal I rechnen. U ist die Gesamtspannung, nämlich 9 Volt. I ist der Strom, 2 Milliampere. Und dann kommen wir auf eine Leistungsaufnahme von 18 Milliwatt. Und jetzt interessiert uns noch, wie lange es dauert, bis die Batterie leer wird, allein durch die Kontrollleuchte. Wir wissen aus der Definition des elektrischen Stroms, der Strom ist I gleich Q durch T, also Ladung durch Zeit. Das können wir auch nach der Zeit auflösen. Dann bekommen wir T gleich Q durch I. Q ist die Ladung, die in der Batterie gespeichert ist. Das ist nichts anderes als das, was man gemeinhin als Kapazität einer Batterie bezeichnet. Und das ist in unserem Fall 170 Milliampere Stunden. Wir ziehen einen Strom von 2 Milliampere. Dann müssen wir das Ganze nur noch durcheinander dividieren. Die Milliampere kürzen sich raus. Und wir bekommen eine Zeit von 85 Stunden. Also nach 85 Stunden oder ungefähr 3,5 Tagen ist die Batterie leer. Und wir haben mit der Batterie nur die Kontrollleuchte betrieben, noch sonst gar nichts an dem Gerät. Das scheint also nicht besonders sinnvoll zu sein. Und das ist auch der Grund, warum wir an batteriebetriebenen Geräten in der Regel keine Kontrollleuchte für die Versorgungsspannung vorfinden. Weil alleine durch die Kontrollleuchte die Batterie schon viel zu schnell leer werden würde. Und das ist auch der Grund, warum wir an batteriebetriebenen Gerät.